Danke, dass du den Job kurzfristig übernimmst. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Okay. Du überdenkst es. Du unterdenkst es. Das Wort gibt's nicht. Doch, gibt's. Wirklich? Glaub schon. Hast du's gegoogelt? Verlass den Zug. Hab meine Station verpasst. Wieso? Kennst du noch die zwei Psychos vom Bolivienjob? Die Zwillinge? Du blutest, Mann. Oh, ist nicht mein, Mann. Nicht sicher, ob sie Zwillinge sind. Dann lass deine Jacke schön offen. Ich will doch mal einen Schlips zeigen. Ich bin nicht der Einzige mit einem Job hier im Zug. Ich bin hier, um mich zu rächen. Alter, ich kenn dich nicht mehr. Hier geht noch was anderes ab. Du weißt, was uns den Kyoto erwartet. Der Weiße tut mit seiner Armee von Killern. Wir müssen uns einen Plan überlegen. War das eine Schlange? Seht ganz so noch aus. Wir breiten uns gemeinsam vor. Du erkennst mich nicht. Oder wir sterben allein. Ich hätte wirklich gerne eine Flasche Wasser. Du mo arigato. Da fällt mir ein, ich hab dem Schaffner mein letztes Geld gegeben. Würdest du? Wollen wir es nicht ausdiskutieren? Nicht wirklich, nein. Okay. Wir legen voll im Zeitplan. Fristländchen! Hast du dieses Mal einen Kloß mal ausprobiert? Hör auf, mit der Toilette zu spielen. Und wir wollen das McKintern dizer! Woז... Also die Zeitlage. Did...